So, es ist jetzt 4.30 Uhr. Ich bin jetzt am ersten Stich nach der Hohemark und bin um 3 Uhr losgefahren. Hier Leute, hört ihr das? Hört ihr das? Nein? Genau. Absolute Stille. Dämmerung setzt ein. So, jetzt bin ich am Sandplacken angekommen. So, jetzt bin ich am Teufelsquartier. Schönes Morgenrot. Geht immer noch die Sonne auf da hinten. Ich bin schon am runterfahren. Na, das sieht auch mal interessant aus. Ich bin schon mal die Sonne auf der Nachbarn. Ja, das ist schön. Ich bin schon mal zweit. von der saalburg nachdem es jetzt so schön lange immer nur runter ging geht es jetzt hier wieder hoch zum marmorstein so coole ausblick kurz vor marmorstein oben alter lecker whisky immer weg wo schlaubert so